Willkommen bei Runners Point. Wir wollen euch neue Walking-Schuhe vorstellen und ich habe hier für euch den neuen Essex Gel Target GTX. Ein Walking-Schuhe, der sehr geländegängig ist und besonders wetterunabhängig ist und besonders für die kalten und nassen Tage ist er richtig gut geeignet. Dafür sorgt die Gore-Tex-Membran, die in das Obermaterial eingearbeitet ist und damit wird der gesamte Schaft Wasser- und Winddicht. Für angenehme Dämpfung sorgt die Zwischensohle aus EVA-Schaum und zusätzlich hat Essex dem Gel Target eine Gel-Fersendämpfung spendiert. Ich kann es gut fühlen, die Außensohle hat ein sehr griffiges Profil, auch deshalb besonders gut für etwas rutschigen Untergrund geeignet. Zusätzliche Stabilität während der Abrollbewegung wird durch die Trusted Mittelfußbrücke gewährleistet und im Fersenbereich sorgen große, breite Flexkerben und ein zentraler Auftrittsbereich für eine optimierte Abrollbewegung. Ja, eine tolle Allwetterlösung der Essex Gel Target GTX zu bekommen in allen Runners Point Filialen oder unter www.runnerspoint.com 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 www.runnerspoint.com